Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. So hört man es in einer katholischen Trauung. Aber, Herr Pfarrer Fink, das sagt sich so leicht und auch sicherlich mit Überzeugung, wenn man heiratet. Aber wie sollen Eheleute das eigentlich durchhalten? Denn man sieht sich dann ja nicht mehr nur fein herausgeputzt zu einem Date, zu einem Rendezvous, sondern man sieht sich jeden Tag. Man sieht sich nach einem Tag voller Stress im Beruf. Man sieht sich vielleicht nach einer durchwachten Nacht mit Kopfschmerzen ganz zerknittert und so weiter. Wie kann das eigentlich gut gehen, dass man die Achtung da noch bewahren kann vor dem Partner? Die Partner selber bekommen das nicht hin. Als Priester möchte ich einfach diesen großen Schatz ins Gespräch bringen. Gott muss uns da helfen. Aber wir sind gleichzeitig überzeugt, die Gnade baut auf der Natur auf. Wenn wir nicht ein Fundament schaffen vom Menschlichen her, dann kann die Gnade natürlich auch nichts machen. Und deswegen spielt es doch eine ganz große Rolle, dass wir uns viel mehr Gedanken machen bei Frage Ehe und Familie. Was tun wir eigentlich dafür, um uns darauf vorzubereiten, das zu formen und zu gestalten? Wenn ich Führerschein mache, wie lange muss ich da mich hineindenken in die Technik des Autos, in die Straßenverkehrsregeln? Und dasselbe gilt eigentlich für Ehe- und Familienleben. Wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen. Sie sind ja Priester. Und für die, die die erste Sendung in dieser kleinen Reihe nicht gesehen haben, möchte ich noch mal sagen, dass Sie in Russland tätig sind. Sie stammen aus dem Allgäu. Jetzt sind Sie am Ural tätig in einer Stadt, die heißt Beresniki. Aber Sie sind oft hier. Und die Leute kommen von weit her, um ihre Exerzitien zu hören. Ehe und Familie christlich gestalten. Und da reden Sie viel auch über diese alltäglichen Fragen. Jetzt haben Sie schon gesagt, da muss man auch drüber reden. Aber das wird vielleicht doch manche überraschen, gerade Christen, die denken, ja, wir haben ja jetzt doch kirchlich geheiratet. Und wir beziehen auch den lieben Gott immer mit ein. Müssen wir uns denn überhaupt noch mit dieser ganzen Ratgeberliteratur und mit all diesen praktischen Ratschlägen für die Ehe beschäftigen? Wir sollten, denke ich, Vorreiter sein oder sozusagen Weltmeister darin, das menschliche Gesicht einer Ehe zu zeigen und zu formen. Wir wissen, alles hängt vom Gebet ab. Aber das Gebet allein macht es nicht. Das ist wie in jeder anderen Frage. Ich kann nicht irgendeinen Beruf ausüben und darum bitten, dass jetzt mein ganzes Arbeiten erfolgreich wird, wenn ich dann nicht arbeite. Ja, nun, wenn man in eine Buchhandlung geht und will sich da orientieren, dann sieht man besonders viele Bücher über Kommunikation in der Ehe. Wie spricht man mit dem anderen? Und viele sagen ja auch, mein Partner versteht mich nicht, der hört einfach nicht richtig zu und so weiter. Jetzt könnte man ja denken, gerade das Miteinander sprechen, das ist doch eigentlich das Einfachste, denn wir sprechen doch den ganzen Tag miteinander immer wieder mit vielen Menschen. Da sind wir doch geübt. Warum ist das denn so schwer, in einer Ehe mit dem Partner zu sprechen? Viele schleifen sich ein und die Erfahrung zeigt, dass genau in der Kommunikation eigentlich der Prüfstein besteht. Ich bin erschüttert oft, wenn ich mitbekomme, Eheleute, sie haben ihre Probleme mit den Kindern. Zum Beispiel, es zeigt sich plötzlich eine Art Behinderung oder eine Einschränkung beim Lernen und dann erkundige ich mich. Haben sie eigentlich als Eltern miteinander darüber gesprochen, tauschen sich nicht aus? Oder es gibt Probleme in der Sexualität, keine Kommunikation darüber, wie sich der Einzelne empfindet, erlebt, damit man da aneinander näher kommt und versteht. Auch von christlicher Sicht her ist die Kommunikation das Entscheidende. Viel mehr Austauschen und Sprechen. Natürlich gibt es Dinge, die soll man nicht diskutieren und zerreden und meinen, die könnte man ausdiskutieren. Da ist vielleicht ein Zeichen der Zärtlichkeit viel naheliegender und fruchtbringender, damit man eine Anspannung oder einen Vorbehalt einfach überwunden hat. Aber grundsätzlich in der Kommunikation, warum sage ich Prüfstein? Da zeigt sich eben, ob ich zum Beispiel immer nur erwarte, dass der andere mich versteht, oder ob ich mal die Frage gestellt habe, verstehe ich eigentlich meinen Partner? Oder es stellt sich die Frage, was auch Hingabe betrifft, Kommunikation, wie zeige ich denn meinem Partner, was in mir vorgeht, sodass er versteht, ich bin wirklich bereit, ihm etwas Gutes zu wollen und zu tun. Und da liegt ja aber, wie bei so vielem, der Teufel im Detail. Und in Ihren E-Seminaren, da sprechen Sie viel über einen Bistseller von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Worum geht es denn da? Ganz kurz gesagt, seine Grundidee. Er sagt, Liebe auszudrücken, da wählt jeder Mensch, je nach seiner Veranlagung, verschiedene Formen. Und die nennt er dann fünf Sprachen. Und er sagt, seine Erfahrung, warum kommt es so oft zu Problemen, Krisen in der Ehe? Weil die Partner unterschiedliche Sprachen der Liebe verwenden. Wir können vielleicht noch draufkommen, welche Sprachen es da gibt. Der eine drückt es mehr mit Hilfsbereitschaft aus, der andere mehr mit Zärtlichkeit. Und diese Sprachen sind für die einzelnen Partner oft Fremdsprachen, die der andere spricht. Und es käme darauf an, sagt er, dass man überhaupt mal begreift, ja richtig, mein Partner versucht auf diese Weise, seine Liebe zu mir auszudrücken. Und ich habe das bisher gar nicht verstanden. Da muss ich diese Sprache lernen wie eine Fremdsprache. Und umgekehrt, dass man plötzlich einander versteht, wie man sich die Liebe ausdrücken will. Also man selber denkt ja manchmal, der andere muss doch jetzt merken, dass ich das und das sagen will. Aber er muss es gar nicht merken, weil es für ihn wie chinesisch ist. Und er einfach nicht gelernt hat, auf bestimmte Zeichen zu achten. Dann wollen wir mal in die Details hineingehen. Und Chapman nennt als erstes Sprache der Liebe Lob und Anerkennung. Man soll also dem anderen öfters die Anerkennung ausdrücken. Nun gibt es in meiner schwäbischen Heimat ein Sprichwort, nicht geschimpft ist, glaubt genug, sagt man da. Und denkt dann, ja der andere muss doch, wenn ich nichts sage, dann muss er doch wissen, dass ich zufrieden bin mit dem Essen zum Beispiel. Warum reicht das nicht? Jeder Mensch braucht Anerkennung. Und die Anerkennung, die er hört und wahrnimmt, ist eigentlich die größte Kraftquelle, Motivation für unser ganzes Leben. Und es ist ein ganz großes Problem. Am Anfang, wo man sich gewinnen will, da entdeckt man viele Dinge. Und man fängt mal so an, das auszudrücken, wie schön bist du, und findet wunderbare Dinge, die man hervorhebt, und genau spürt es du dem anderen gut. Sobald man verheiratet ist, der Alltag hat sich eingespielt, die ganzen Sorgen kommen auf einen zu, man muss Probleme lösen miteinander. Und es ist wie eine fremde Welt, dass ich mal achte auf etwas, was ich am anderen loben kann. Und der erste Impuls in diesem Buch ist, dass ich überhaupt wieder draufkomme, Anerkennung und Lob zu formulieren, unabhängig davon, ob ich das jetzt nicht richtig verstanden hätte. Ich möchte dazu sagen, wir haben eine ganz große Tendenz, ob es jetzt um Kindererziehung geht. Da bin ich ja dauernd dabei, irgendwo einen Fehler zu sehen, oder bin ich besorgt, dass die Kinder einen guten Weg finden, und dass sie, ich muss ja dauernd von etwas Falschem abhalten, und dann denke ich mir, wenn ich sie jetzt auch noch lobe, dann verlieren sie sich ganz, dann ist der Damm wie gebrochen. Das Ähnliche wie beim Partner. Man hat immer so eine Erwartungshaltung, oder möchte ihn irgendwo hinbiegen oder formen, und dann denkt man sich, ja, wenn ich ihn dann auch noch lobe, ja, dann benimmt er sich ja ganz, wie er will. Und das ist der große Fehler. Man muss den Spieß genau umdrehen und sagen, diese Sprache muss man erlernen, sich eigentlich vornehmen. Jeden Tag möchte ich etwas finden, wo ich den Partner lobe. Entscheidend ist nur, dass es ganz ehrlich ist, weil sobald der andere spürt, es ist nur Schmeichelei, ist es keine Sprache der Liebe und kann sogar viel zerstören. Das Loben nicht vergessen, und um das Lob ausdrücken zu können, muss ich auch mit dem Partner zusammen sein, in einer Situation, wo er auf mich hört. Zweisamkeit. Das ist die zweite Sprache der Liebe, die Chapman nennt. Jetzt könnte man denken, das ist doch etwas Selbstverständliches. Man ist doch eigentlich mit seinem Partner oft zusammen, wenn man zusammen ist zum Beispiel oder man fährt im Auto irgendwo hin, man sitzt zusammen vor dem Fernseher.